Im letzten Video haben wir davon 10 Minuten 100 Euro bei Teddy Ausgeben und Leute, ich zeige euch meine Top 3 Dinge, die ich dort gefunden habe. Auf die 3 kommt der Pink Stuff, Leute. Jeder kennt ihn von TikTok und endlich habe ich ihn auch und ich kann euch sagen, Leute, das hier riecht wie Erdbeerpaste. Auf Top 2 ist diese Kerze. Leute, das ist eine Schmuckkerze. Irgendwo in diesem Wachs ist ein Schmuckteil und die hat 6 Euro gekostet und ich hoffe, dass ich das Schmuckteil demnächst finde. Auf die 1 und somit das beste Ding kommt diese hier, diese Schüssel, Leute. Das ist meine Rahmschüssel ab heute. Die ist riesig und da passt so viel rein und sieht auch richtig gut aus.